Ende des Jahres bin ich Millionär und dann solltest du deine Ziele aufschreiben. Am 31. Dezember 2011 besitze ich 1,1 Millionen Euro. Ich habe alle meine Ziele aufgeschrieben. 2010 geht vorbei, 2011 geht vorbei, 2012. Ich schaue zurück, zwei Jahre sind vorbei, fast ganze drei Jahre ist nichts passiert. Nichts gelaufen, gar nichts. Und ich war verwirrt als je zuvor, obwohl ich alles gegeben hatte und ich hatte einen Burnout. Und ich dachte mir, weißt du was, ich habe so eilig, die ganze Scheiße funktioniert einfach nicht. Ich habe losgelassen, dass in diesem Jahr was passieren muss. Weil die Dinge können nicht so weit nach oben gehen, wenn da keine Foundation ist. Wisst ihr, was ich gemacht hatte? Ich schaute mir einfach die nächsten zehn Jahre an und stellte mir folgende Frage. Wenn ich mich in zehn Jahren begegnen könnte, was ist passiert, dass ich mit dem gesamten Geschehen zufrieden bin, wenn ich mich begeistert begegnen könnte in zehn Jahren?